Kurz vor der zweiten Show nimmt Lena ihre Ansage für das Telefonvoting auf. Danke für deine Stimme und weiterhin einen schönen Abend wünscht dir Lena. Ist das schlimm ey. Nein. Ich piss mich ein. Ich muss sowieso. Hast du schon mal den Anrufbeantworter besprochen? Nein. Nein? Auch nicht zu Hause? Hab ich keinen, brauche ich keinen. Und deine Mailbox? Hab ich auch nicht. Hast du kein Handy? Doch. Aber Mailbox nicht. Nervt mich immer eigentlich bei anderen Leuten. Entweder man ist erreichbar oder nicht. So, so. Das ist eine Regel von mir. Ach, du hast für alles Regeln? Interessant. Ja. Aha. Das ist nicht zum Lachen. Warum muss man im Leben Regeln haben, Lena? Du, damit es nicht alles aus der Bahn läuft. Das passiert schnell bei mir. Ja? Was war denn das letzte, was bei dir aus der Bahn gelaufen ist? Fanta. Fanta? Meine neue Regel ist jetzt keine Fanta ohne Deckel. Und Cola? Auch nicht. Okay. Okay.